Den jungen Menschen muss man sagen, sie sollen sich bewerben. Moin Freunde, was geht ab im Monat April? Ich habe wieder ein paar coole Termintipps für euch und zwar geht es direkt am 5. April los für alle, die vorhaben zu studieren. Und zwar gibt es eine coole Messe, Studieren in Berlin und Brandenburg heißt die in Berlin. Da muss man mal einen kleinen Ausflug wagen, aber alles cool. Alle Hochschulen, alle Unis aus Brandenburg sind vor Ort an einem Ort und es lohnt sich wirklich, sich da mal rundum zu informieren, weil man weiß manchmal gar nicht, was an der eigenen Uni vor der Haustür überhaupt so alles los ist. Am 5. April im Moabogen, Berlin. Cool, oder? Freunde, am 6. April gibt es nochmal einen richtig, richtig geilen Tipp. Die Oberschule in Prösen ist im Röderland in der Nähe von Elsterwerda. Da haben es die Schüler selbst in die Hand genommen und eine eigene Ausbildungsmesse organisiert, kreiert. Respekt dafür, coole Sache. Da sind mindestens 30 Arbeitgeber vor Ort, also Firmen auch aus der Region direkt, die stellen sich vor. Da kann man mit denen in Kontakt treten und auch eine Berufsberaterin ist mit vor Ort. Bewerbungsmappencheck und Bewerbungstipps und so weiter gibt es natürlich alles auch mit vor Ort. Unbedingt vorbeischauen, jeder kann kommen, nicht nur die eigenen Schüler. Freunde, richtig cool, Props an euch. Und jetzt gibt es wieder was für die Trucker-Freunde. Ihr wisst es, ich war letztes Jahr schon beim Tag der Logistik unterwegs. In Cottbus gibt es einen großen Aktionstag und zwar bei Reinhard Logistik. Da, wo ich auch im letzten Jahr war, mit Berufskraftfahrer Erik. Da konnte man ja in den Truck reinklettern und das könnt ihr auch wieder. Also alle Fragen zum Berufskraftfahrer, Vorurteile abbauen, einfach mal hingehen, Fragen stellen. Wie sieht es zum Beispiel mit dem Gehalt aus? Lohnt sich das? Ist man dauernd auf Achse und so weiter? Das sind wichtige Fragen, die könnt ihr erklären. Ihr könnt gucken, wie die arbeiten, alle Infos kriegen. Ansonsten wünsche ich euch im April Osterfest. Schöne, schöne Ostern. Geht auf Eiersuche, entspannt euch oder macht ein Praktikum, so wie ihr wollt. Und habt erstmal eine schöne, angenehme Zeit, nicht? Ansonsten findet ihr natürlich alle Informationen auch nochmal in den Links unten zu den Veranstaltungen wie Wann und Wo. Abonniert den Kanal, die Glocke mit dazu, wenn ihr weiterhin dabei bleiben wollt. Natürlich könnt ihr auch noch mir auf Instagram folgen. Ihr schafft das. Findet eure Leidenschaft und habt erstmal eine geile Zeit. Bis dahin. Bis dahin.